Als Kirchenhistoriker werden Historiker des Fachbereiches Kirchengeschichte bezeichnet. Die meisten dieser Historiker sind von ihrer Ausbildung her Theologen. Die Begründung der neuzeitlichen wissenschaftlichen Kirchengeschichtsschreibung erfolgte durch die ab 1559 erscheinenden Magdeburger Saint-Scherin. Initiiert durch den Theologen Matthias Flatius Hauptbearbeiter war Johannes Wiegand. Als Vater der modernen römisch-katholischen Kirchengeschichte gilt Kardinal Cesare Baronio, der im Auftrag des heiligen Philipp Neri bei den Oratoriumstreffen Referate hielt, aus denen später das Standardwerk der Analys wurde, die als Gegenentwurf zu den Zenturien angesehen werden können. Keine Wissenschaftler im modernen Sinne sind die Verfasser der spätantiken und mittelalterlichen Kirchengeschichten, die oft ebenfalls als Kirchenhistoriker bezeichnet werden. Wichtige Kirchenhistoriker Erwin Iserlo Hubert Jedin Wilhelm Jung Friedhelm Jürgensmeier Karl Kuppisch Josef Lotz Peter Manz Luce Von Patberg Ludwig von Pastor Jaroslav Pelikan Leopold von Ranke Franz Heinrich Reusch Alkuhin Volker Schachmeier Johann Salomo Semmler Philipp Scharf Kurt Dietrich Schmidt Heinrich Schröers Louis Thomasin Wolfgang Ullmann Kirchliche Zeitgeschichte Gerhard Besier Kurt Nowak Jahoslav Josef Lotz Wolfgang Ullmann Robert